Herzlich Willkommen bei Oktoberfest TV. Gestern war Freitag, war echt ein schöner Abend, wie man die Stimme erkennt. War wieder eine Superparty, die haben wir jeden Tag ab 11 Uhr geöffnet. Dann spielen täglich Livebands wie zum Beispiel Kernzeit, Nordwand, unsere Backstreet Boys aus Österreich und dann noch KS Live. Bei dir lassen die Hütte dann so richtig kracheln. Und für alle, die länger bleiben wollen, wir haben nachher noch eine Aftershow-Party bis 4 Uhr früh. Und wenn du noch keinen Tisch reserviert hast, ist auch kein Problem. Kommt einfach vorbei, Eintritt ist frei und ich suche ihr Plätzchen.